Das ist der Primaner Laban, genannt der schöne Theodor. Er hat derzeit Aufsicht über die jüngeren Mitschüler. Ach, das ist gemein. Jetzt habe ich gerade so schön geträumt. So? Wo von mir? Von einem Apfelströdel. Der war mindestens ein Meter lang. Also raus aus der Furzmalle, sonst versäumst du das Frühstück. Das wäre allerdings eine Katastrophe. Was ist denn hier los? Ich bin krank. Aha. Ich habe Halsentzündung. Ich glaube Schwänze Lenzia. Aber meinetwegen bleib liegen. Ich schicke die Schwester Beat herauf. Da geht kein Krampf.